Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ist tot. Der frühere Bundesfinanzminister, Bundesinnenminister und Bundestagspräsident sei am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben, sagte eine Sprecherin der CDU am Mittwoch. Schäuble hatte die deutsche Politik über Jahrzehnte geprägt und war mehr als ein halbes Jahrhundert lang Mitglied des Deutschen Bundestags. 1972 bekam er erstmals ein Mandat für das Parlament, dem er ohne Unterbrechung bis zu seinem Tod angehörte. Seit einem Attentat auf ihn im Jahr 1990 war Schäuble querschnittsgelähmt und bewegte sich im Rollstuhl fort. Die Todesnachricht erfülle ihn mit großer Trauer, erklärte CDU-Chef Friedrich Merz. Er verliere mit Wolfgang Schäuble seinen engsten Freund und Ratgeber, den er in der Politik je hatte.